In der aktuellen Wirtschaftslage sind natürlich auch sehr, sehr preissensitive Lüftungsanlagen nötig. Das heißt, wir haben hier eine Abluftanlage für ein Haus, eine zentrale Abluftanlage. Das heißt, Sie können die Abluftanlage in den Hauswirtschaftsraum, in den Heizungsraum hängen und haben den ganzen Lärm, die ganzen Belastungen in einem Raum, haben dann unsere normalen Verteilsysteme, wie sie es auch von unseren Wohnraumlüftungsgeräten mit Wärmerückung gewohnt sind und haben praktisch dann ein komfortables Abluftsystem ohne Wärmerückgewinnung, das sehr preiswert ist. Sie haben einen Feuchtesensor integriert, das heißt, es kann auch aufgrund von Feuchte gesteuert werden. Sie haben eine Steuerung, wo Sie drei Stufen und einen Automatikmodus eben für die Feuchte haben. Sie können sogar noch andere Sensorik integrieren, sodass das tatsächlich ein relativ komfortables Abluftsystem ist, also für ein Abluftsystem sehr komfortables Lüftungssystem. Von den Leistungsdaten ist es so, dass die Abluftbox von uns, der Plug-Exvent DHU, einen Leistungsvolumen von 40 bis 300, 350 Kubikmeter leistet. Das heißt, Sie können damit nahezu jedes Haus absolut belüften oder entlüften in dem Fall.